das wochenbett ist die zeit nach der geburt deines babys sie beginnt ab der zeit wo deine platzenta geboren ist und geht sechs bis acht wochen nach der geburt das ist eine ganz besondere und intensive zeit du lernst dein baby kennen der ganze kreislauf stellt sich um dein ganzer alltag wird durchwirbelt und besonders auch die ganze phase der schwangerschaft der geburt verändert sich und geht in die stillzeit über das heißt da ist ein ganzer cocktail mit hormonen der dich da durchwirbelt und natürlich auch die ganze wundheilung findet statt gerade auch wenn vielleicht eine verletzung durch die geburt hast auch das bildet sich zurück heilt und auch deine gebärmutter die durch die schwangerschaft sehr groß war muss jetzt wieder in ihre ausgangsposition zurückkommen mit der sogenannten rückbildung und du hast auch wochenfluss und dieses ganze passiert besonders im frühwochenbett wo diese ganze rückbildung also quasi deine gebärmutter rückbildung stattfindet und wo auch diese ganzen stillhormone ins spiel kommen und sich dein ganzer kreislauf einmal von schwangerschaft und geburt auf die stillzeit umstellt das wochenbett wie der name schon sagt soll dafür da sein dass du dich total gut ausrufst weil eben ganz viel regenerierung passiert in deinem körper du sollst dich von schwangerschaft und geburt erholen und deinem körper und deinen organ zeit geben sich zu regenerieren und zurückzubilden und wichtig ist dass du da ganz viel liegst um eben auch stress zu vermeiden und wirklich alles in ruhe machst und gerade auch das bonding mit deinem kind vor allem in ruhe passiert und das stillen wie ein fulltime job sein kann wenn du stillst und das unglaublich viel zeit in anspruch nimmt und das wichtigste ist dass du wirklich stress vermeidest und ich empfehle dir nehmen dir gerade in dieser wundheilungszeit die ersten sieben bis zehn tage zeit um so viel wie möglich im bett zu liegen und dann nachher kannst du wirklich langsam dein radius erweitern kannst in der wohnung rumlaufen vielleicht dich auch aufs sofa mal setzen zum stillen und dann irgendwann nach zwei drei wochen dann wirklich anfangen ganz langsam raus zu gehen in kleinen steps weil das ist wirklich du bist in deiner bubble und wenn du dann auf die straße gehst du bist mit so vielen äußeren einflüssen konfrontiert das kann sehr sehr überfordernd sein und total stressig sein und gerade mit baby alles ist ganz neu das erste mal raus das erste mal einkaufen und das wie gesagt kann zu stress führen und den sollst du ja gerade im wochenbett vermeiden deswegen so viel ausruhen wie möglich im wochenbett passiert einiges an hormonchaos ja weil sich dein ganzer körper plötzlich auf die still wir auf die stillzeit umstellt und auch die schwangerschaftshormone dich verlassen haben deswegen kannst du ein riesen strudel mit hormonen sein und du auch an so genannten baby blues bekommen kannst und ja du schwitzt auch extrem im wochenbett weil gerade in der anfangszeit der ganze stoffwechsel enorm arbeitet deswegen empfehle ich dir auch legt ihr vielleicht noch ein separates schlaf schlafhemd dazu das wochenbett ist auch dafür da dass du dich an die zeit mit deinem baby gewöhnt dass ihr neu in eure rolle als eltern kommt gerade du und dein partner oder deine partnerin und ihr euch wirklich im alltag etwas zurecht findet die ganzen ersten steps mit deinem baby wie funktioniert das wie halte ich wie wickele ich wie funktioniert das stillen oder die die zubereitung der flaschenmahlzeit auch wer ist mein kind überhaupt wir lernen uns kennen und überhaupt die rolle zu finden wer bin ich als mutter wer bin ich als frau wie ist das in der partnerschaft was was möchten wir für eltern sein und und ja was brauche ich und unser baby und diese zeit gerade diesen diese sechs bis acht wochen sind ganz intensiv und da stellt sich dieser ganze kreislauf von wir werden eltern allmählich um und hier kommen meine drei tipps wie du dein wochenbett entspannt vorbereiten kannst und zwar tipp 1 organisiert ihr einen raum wo du dein wochenbett gestalten kannst zum beispiel das schlafzimmer zieh dir wunderschöne bettwäsche auf stell dir blumen hin eine schöne kerze eine wasserkaraffe und sorgt auch dafür dass du bequeme kleidung hast vielleicht die aus der schwangerschaft oder gemütliche sachen die du dir besorgt hast die einfach nicht auf die naht die du vielleicht hast drücken wo du dich wohl drin fühlst was dich nicht einengt tipp 2 koche vor so viel wie du kannst für die vorratsschränke auf das wird dich unterstützen im wochenbett wenn es mal eng ist mit der zeit sagt auch dem besuch der kommt bescheid die sollen gerne was mitbringen oder euch was an die tür hängen auch wenn ihr vielleicht erst mal keinen besuch wollt sagt auch nachbarn oder freunden bescheid hey wäre cool wenn du mal für uns kochst hängen mir das einfach an die türklinke und finde raus wo vielleicht lieferdienste sind in deiner nähe wo ihr euch schnell was liefern lassen könnt tipp 3 die ganze organisation der bürokratie kannst du alles schon in der schwangerschaft organisieren die ganzen anträge die auf dich zukommen macht das gerne vorher auch diese ganzen organisationen der telefonnummern welche wichtig sind klebt euch die irgendwo hin damit auch dein partner weiß wo er vielleicht im notfall anrufen muss organisiert eure haustiere oder geschwisterkinder die ihr habt was passiert wenn ihr wirklich mal so ein tag habt wo alles drunter und drüber läuft dass vielleicht euch jemand eure haustiere oder die kinder abnehmen können und dass ihr da schon mal wisst wen ihr anruft und hier kommen noch mal meine drei empfehlungen die ich dir ans herz lege für die zeit im wochenbett du bist deines glückes schmied du entscheidest was richtig und wichtig für dich und dein baby ist für euch als familie so viele meinungen werden auf dich einprasseln und du bist völlig verwirrt davon vielleicht ja und vertrau wirklich auf deine intuition und dein bauchgefühl weil das ist richtig für euch niemand weiß in welcher situation ihr persönlich gerade steckt was auf euch zugekommen ist oder ja was ihr gerade braucht deswegen vertrau wirklich auf dich und deine intuition und du kannst dir gerne eine meinung einer guten freundin oder die manche deiner hebamme zukommen lassen aber nicht zehn verschiedene meinungen weil das verwirrt er also wirklich geh ins vertrauen und dann schaffst du das du entscheidest wann du besuch bekommst ja ob wann wie viel das entscheidest allein du weil alles geschieht in deinem timing in eurer zeit noch eine wichtige sache ist dein körper ist dein tempel wie man immer so schön sagt und geb ihm ganz viel zeit sich zu regenerieren ja geh weg von diesen ganzen instagram mamas die aufgestylt da sind und du dich damit vergleichst so und so vergleiche mit anderen frauen ist überhaupt nicht gut weil jeder kommt aus einem anderen background und wirklich guck auf dich und dein baby deine familie und eure situation und das ist mir ganz ganz wichtig dass du dich da nicht push weil ein körper braucht seine zeit um sich zu regenerieren und gerade auch diese schwangerschaftsmonate man sagt immer ein baby kommt neun monate und geht neun monate und diese zeit brauchst du auch und gib dir diese zeit ja hetzt dich nicht irgendwas zu erreichen und 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 und